Hallöchen willkommen zurück zu Sharkpunk Verminfall. Interessant ist, dass wir hier keine Möglichkeit haben, irgendwas von den beiden zu negieren. Negieren ist das Wort. Alter, oh man, ey, wir haben so viel Zeug, ey, das ist der Wahnsinn. Das ist der absolute Wahnsinn. Aber nicht übermütig werden. Das kann bestimmt ganz schnell in die Binsen gehen. Aber ich glaube, ich mache jetzt gerade noch eine neue Aufnahme. Ich glaube, ich werde... Oder was ist neue Aufnahme? Neue Aufnahme-Session und ich glaube, ich werde das jetzt durchziehen, bis wir da durch sind. Wobei ich nicht mal vier Stunden live sein möchte. Ah, mal gucken. Mal gucken, wie ich das anstelle. Okay. Was haben wir hier? Das ist ziemlich... Ziemlich viel Platz. Einmal Upgrade-Parts. Aber das war's. Kein... Doch, hier ist auch ein Level für den Automaton. Ich glaube, wir marschieren einfach oben lang. Ich glaube, das macht Gideon da unten. Wir brauchen dann auch nicht warten mit dem Aufsammeln. Das kriegen wir nämlich nicht auf eine Runde hin, dass wir da drei verschiedene Sachen rauskrabbeln, ne? Ich würde sagen, wird schon nichts passieren. Alright. Lass mal anmachen hier. Okay. Überall 0%. Das heißt dann wohl, wir werden Overwatches anschmeißen. Auch mit dir. Wow, mit einer Aktion trotzdem drei Overwatches noch. Jaoli. Zwei Assassins. Zwei Assassins. Uff. Ja. Der tankt halt ordentlich Schüsse weg, weil der ausweicht wie Sau. Okay, da würde er auf jeden Fall... ...ordentlich was sehen. Let's dance! Okay, pass auf. Dann, ähm... ...machen wir erstmal... ...den Orga, damit der auf jeden Fall... ...den Orga... ...damit der ganz tot ist, wollte ich es natürlich sagen. Komm oooon! Ja ne, ist klar. Passt, würde ich sagen. Vielleicht... ...machen wir das dann eben so. Fangen! Fünf Damage hier! Und fünf Damage da! Auf Wiedersehen! Scheiß der Nebenschießerei, ey! Pop, 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 pop! Okay, da unten scheint's safe zu sein. Ist doch böse ausgehen können, ne? Nochmal ein Reminder! Wenn wir... ...den Automaton verlieren... ...ist das Spiel vorbei. Oh no... ...was hab ich denn da jetzt getriggert? ... 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 nicht so eine extraktion nehmen Wird schon schief gehen. Warte mal, das ist kein Orga. Wer ist er denn? Wird er eh noch ein bisschen brauchen werden, würde ich sagen. Ich nehme einfach so ein bisschen Zeug hier mit. Wir warten. Okay, irgendwas mit Strom. Sniper haut daneben. Okay. Immer noch ein Turn. Cool, dann. Okay, das ist einfach nur ein Red Elite. Bams. Lass erstmal schauen, was wir hier machen können mit ihr. Bleiben wir jetzt mal im Overwatch. Du siehst hier niemanden. Alter, ist das mies. Ich nehme mir mal ein extra. Danke. Nice. Ach, und ich haben wir auch noch. Ja. Der Sniper wird sich zwar nicht bewegen, aber... Nice. Also nicht nur, dass da unten Zeug kommt wie Sau, aber hey. Okay, darauf habe ich mehr oder weniger gewartet. Hau ihn raus. Oh, ho, 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 schön. So, bei dem Orga. Nice. Hier hätten wir 100, 100. Mitten drin wenden geht glaube ich dann nicht. Crap. Was, 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 was? Okay, jetzt dachte ich gerade schon, mein Move wäre zu Ende. Ah, okay, ich habe im Prinzip nur zwei Schuss jetzt hier. Schöne Kettenreaktion und dann den anderen Hunderter. Ja, mein, unser Heat ist auf, was? Ich dachte, wir hätten drei Heat gehabt. War das nicht gerade auf 100? Ne, 0? Wie, 0? Ach, wahrscheinlich war mein, mein Mauscursor hier irgendwo. Ja, das Preview 100 und... Äh, pff, ja, das ist jetzt nicht so geil. Ja, du kannst aber noch weiter schießen, aber das bringt auch nichts, ne? Ja, das könnte schmerzhaft werden. Äh, er hat glaube ich nicht die Range. Hm, der Shotgunner vielleicht. Oh, schön, dass er sich hier in die Range von dem Dully stellt. Oh, schön, dass er sich hier in die Range von dem Dully stellt. Pfff. Aber nur am looten, die Gute. Wunderbar. Ich wollte sagen, kein Looting-Bonus. Looting-Bonus. Passt. Wir müssen hier oben lang. Wenn ich die Upgrade-Parts haben will. Okay. Die zwei für oben, die zwei für unten. So viele Diffusion-Cores, die wir gerade kriegen. Da ist es nicht verkehrt, das Sau aufgewertet zu haben. Dass wir besonders viele benutzen können. Oder besonders starke Fusion-Cores haben. Wenn es dann mal darum geht, in eine Masse von Monstern reinzuballern. Schöp. Ich will jetzt mit ihr keine Dudes triggern. Deswegen machen wir das mal so ein bisschen vorsichtiger hier. Scheint okay zu sein hier unten. All right, oh. Ach, jetzt kommt's. Okay. Jetzt von da oben. Ja, mein. Ich kann's versuchen, hier unten. Ich glaube, ich bleibe mit dem Automaton hier stehen, ich ziehe alle anderen zurück, soweit es geht. Dann das Beste Hoffen für die Runde jetzt hier. Zwei Assassins, ein so ein Stromdödel und ein Ogre. Okay, wie schaut es bei dir aus? Du 165 Nong. Ja, du siehst den Assassin nicht. Alles, kein Problem. Okay, ähm, erst mal den Ogre mit der Armor. 15 fucking Damage, holy moly. Oh, no, es ist klar. Ah, hoffentlich geht der down. Sieben Damage, sick. Oh, ha, ha, noise. Sehr schnick, ja? Okay, Tür auf. Ich glaube, ich stelle den hier hin. Okay, ich glaube, wir können auch ein bisschen mehr Overwatch-Position haben. Ich muss ein Schlückchen nehmen. Okay. Dann sind alle ready zum Verteidigen. Komm, gib mir was. Ja, die kommen noch nicht an uns ran, ha? Boah, der mit dem meisten Damage schießt auf die kleinsten Viecher. Nicht so geil, ne? Okay, das ist nice gewesen. Wuhu, huu, huu, huu. Red Stew. Hm, lecker. Ratten Eintopf, bester Eintopf. Das ist risky. Das ist risky. Ich mache es jetzt trotzdem. Ah, er hat auch mehr Accuracy. All right. Erstmal den Bombendödel. Scheiße. Ich habe vergessen, die drei zu aktivieren. Oh, fuck. Nee, da bin ich, glaube ich, ähm, besser dran, Overwatch zu machen. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Fuck. Okay, das wird, äh, blutig enden. Ich glaube, unser Valentine wird drauf gehen. Okay, vergiftet ist er auf jeden Fall, wie es aussieht. Vielleicht geht er doch nicht drauf. Aber das war, dass ich die drei nicht... Alles andere als Schneeke, ne? Ja, was machen wir das? Ah, ich dachte schon, es wäre vergiftet, aber nö. Passt. Vielleicht sollten wir uns doch versuchen, zu entfernen. Ja, der Automaton kann schon mal gehen. Du eigentlich auch. Okay. Ich glaube, wir sind weit genug weg. Ah, er schießt nicht. Okay. Awesome. Auf Wiedersehen. Ja, das war am Ende nochmal ein Missplay. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Ah, er hätte böse enden können. Zum Glück hat er ja auch so viel Armor. Ja, Supplies brauchen wir eigentlich nicht, ne? Mindestens 10% Hit am Ende. Okay. Oh, dodgen, wenn wir in irgendeinem Cover sind. Ja. Und ihr habt auf hier schon kommst. Danke. Muchas gracias. Ist ja doch noch mal ein bisschen sweaty geworden am Ende. Aber nicht allzu wild. Ja, ein bisschen Hit und sowas. 2, 7, 1. Ach, ist das nicht super? Okay. Wie schaut's aus? Healthwise brauchen wir nix. Armor ist auch alles da. Dann das übliche Spiel. Kritz, 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 kritz. Oh, die Upgrade-Parts habe ich mal komplett übersehen. Ja, ich glaube, bei dir sollten wir den Damage machen. Das sah gerade nicht so souverän aus, ne? So, jeder kriegt Essen. Wir haben jetzt noch Essen für komplett drei Level. Oder Shelter-Phasen, ne? Das heißt, 1, 2, 3. Ja, wir geben jetzt immer jedem definitiv was zu futtern. Keine Granaten, aber mehr Loot. Hier hast du... ...einfach nur Longer Distance. Ja, ein Loot brauchen wir eigentlich nicht wirklich was, ne? Ich glaube, wir machen das einfach mal zur Abwechslung. Da müssen wir auch nicht so viel Zeug looten gehen, ey. Schauen wir uns natürlich nächste Folge an. Leute, macht's gut, bis dann und ciao. Tschüss. Musik 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 Bis zum nächsten Mal.